Mein Name ist General Zod. Ich bin durch ein Meer von Sternen gereist, um euch zu erreichen. Eure Welt dient einem meiner Bürger als Versteck. Er sieht aus wie ihr, aber er ist keiner von euch. Denen, die seinen Aufenthaltsort kennen, sage ich, das Schicksal eures Planeten liegt in euren Händen. Zu Carl L. sage ich, er gibt dich innerhalb von 24 Stunden. Oder sieh mit an, wie diese Welt unter den Konsequenzen leidet. Du wirst nicht gewinnen. Für jeden Menschen, den du rettest, töten wir eine Million mehr. Ich werde sie nicht im Stich lassen. Das hast du bereits. Deine Heil-Spieler Untertitelung des ZDF, 2020